Wollen Sie nicht? Doch, ne? Also wir machen aus dieser Geschichte, dass es für uns einfach nur die Hände hier ein bisschen nach unten seht. Also nicht wieder klassisch, wie Sie das hier den ganzen Tag auf dieser Fläche entdeckt haben. Das funktioniert nicht. Tanzen Sie mal ein. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht. Ich tritt auch noch. Noch mal so'n Tipp für die Männer an der Stelle. Bei sieben, acht. Nicht zu müde, nicht zu müde. Ganz doll, aua. Also bitte nicht. Felix, Felix, bitte. Oder zum Tankenrücken, wenn Sie sich Suspensionen tragen. Ja, geht auch. Also tanzen Sie mal. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht. Eins, zwei, drei, vier. Bitte auch das Knie anwinkeln, ne? Und das Bein anwinkeln, nicht das lange Bein. Nicht so'n bisschen die Stolen-Farinen hier machen. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht. Eins, zwei. Ja? Und noch mal so'n Tipp für die Ladies, die gerne mal so Röcke tragen. Wir haben das letztens erlebt, das war super, ne? Interessant. Ähm, oben Gummi-Zug und unten so breit Spitze an der Röcke. Und dann, bei diesem Knie-Lift, Absatz in Spitze vom Röcke. Also, Fuß runter, Röcke runter. Fuß hoch, Röcke wieder hoch. Fuß runter, Röcke runter. Sie können sich das ungefähr aufmachen? Kommt gut. Wenn Sie dann keinen Antrei haben, dann sind wir ganz schnell da, in der Nummer, die der ganz fast aufzahlen soll, gemacht hat. Ach, ein artiges Tempo, ne? Wenn man dann sagt, so, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Hoch das Bein. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Und so weiter. Okay, ich würde vorschlagen, ich will jetzt hier gar nicht irgendwie weiterlaufen, wir machen das sonst noch Musik.